Wie wäre es, wenn Sie Ihre Steckdose überall mit hinnehmen könnten? Ihren Strom, ja. Zum Beispiel mal raus zum Campen, zum Zelten, da haben Sie plötzlich eine Steckdose dabei. Oder wenn Sie vielleicht irgendwelche Gartenarbeit machen möchten, da haben Sie plötzlich eine Steckdose. Einfach so hinten in der hintersten Ecke vom Garten. Oder in der Garage, wo eigentlich gar kein Stromanschluss ist. Zack, eine Steckdose plötzlich, die Sie mit sich rumtragen. Hört sich merkwürdig an, oder? So eine Steckdose zum Rumtragen, eine Steckdose zum Mitnehmen. Steckdosen sind doch eigentlich immer in der Wand. Nein, sind sie nicht mehr. Und das zeigen wir Ihnen heute, denn wir haben hier den Strom des 21. Jahrhunderts für Sie. Ja, den Strom des 21. Jahrhunderts und natürlich aber auch nochmal einen richtigen Bestseller. Und das ist unsere Solar-Power-Bank mit einer Kapazität von bis zu 20.000 mAh. Kleines kurzes Beispiel mal Ihnen gegeben. Ein normaler Handy-Akku hat gerade mal eine Kapazität von 2.000 mAh. Das heißt, hier sind 100 Stunden Extra-Power jetzt für Sie verarbeitet. Und vor allem, Sie sehen es auch schon, es ist gleichzeitig eine Solarzelle mit eingebaut. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, überall, wo Sie sind, sich jederzeit wieder den Strom mit nach Hause zu holen. Oben übrigens eine kleine Halterung, dass Sie den natürlich auch überall mit festigen können. Und Sie können nicht nur ein Gerät per USB gleichzeitig aufladen, sondern bis zu zwei Geräte. Ja, und dass das auch wieder Strom zum Mitnehmen ist, möchte ich Ihnen gerne auch heute wieder einmal beweisen. Denn wir gehen jetzt einfach mal gemütlich auf unsere Picknick-Bank und da brauchen wir natürlich auch für unsere Elektrogeräte unseren Strom. Und diesen Strom, den nehme ich ab sofort nicht mehr mit irgendwas anderen, sondern den nehme ich ganz einfach hier jetzt mit unserem Powerbank. Und das ganz einfach. Einmal eingeschaltet, schon habe ich vier kleine Status-LEDs, die mir ganz genau zeigen, okay, meine Powerbank ist voll. Aber selbst wenn sie nicht voll ist, halte ich sie doch einfach Richtung Sonne. Und schon habe ich ja wieder eine volle. Gerade auch beim Wandern, bei Radtouren ist das doch wirklich super optimal. Und jetzt machen wir doch einfach mal hier unser Smartphone. Stecke ich einmal hier das USB-Ladegerät dran. Und Kathi, ich bitte dich einfach mal kurz, dass du mal den Stecker reinsteckst. Und dann zeigen wir Ihnen, wie schnell jetzt hier sofort wieder unser Handy anfängt aufzuladen, beziehungsweise wie schnell wir wieder unseren Strom überall haben. Und nochmal, das ist perfekt fürs Camping geeignet. Das ist natürlich perfekt auch für Navigations-Apps geeignet. Gerade wenn Sie auch viel mit dem Smartphone oder auch mit normalen Navigation natürlich auch auf Fahrrädern unterwegs sind. Oder auch Wanderrouten gibt es ja inzwischen richtige Navigations-Apps dafür. Die verbrauchen so viel Strom, weil die natürlich immer auch etwas empfangen müssen. Und da ist es jetzt natürlich optimal für Sie, wenn Sie hier so einen kleinen Begleiter dabei haben. Sie können die natürlich auch ganz klassisch einfach per USB wieder mit aufladen. Sehen Sie auch hier ist eine kleine Ladebuchse natürlich auch mit dabei. Bei Mikro-USB und das Ganze aber eben auch die ganze Zeit per Solarenergie. Das ist 100% erneuerbare Energie. Das ist 100% ökologischer Strom, muss ich immer wieder sagen. Und ich muss Sie echt sagen, ich finde die richtig schön klein und kompakt. Wenn ich mir mal vorstelle, meine erste Powerbank hatte gerade mal 3000 mAh und die war aber das doppelte Angewicht. Hier sind jetzt 20.000 mAh für Sie verarbeitet. Klein und handlich und ich kann sie überall mit hinnehmen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil ich habe ja auch eine Powerbank. Die hat aber nur die Hälfte der Kapazität, also 10.000 mAh. Und die hat knapp 100 Euro gekostet. Knapp 100 Euro. Schaffst du jetzt gerade auf unseren Kepa-Sonderpreis? Ich habe es gerade gesehen, Sie haben es auch gesehen, oder? 46,86 Euro hier für dieses Gerät mit 20.000 mAh. Und vor allem, dass sie sich immer wieder selber auflädt. Das ist halt auch so toll. Die kannst du ja auch selbst, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, vorne einfach dann reinlegen. Dann lädt die sich durch das Sonnenlicht immer wieder auf. Beim, wie du sagst, Wandern zum Beispiel, Fahrradfahren. Ich nehme ja auch immer mein Telefon mit zum Fahrradfahren und nutze das dann auch als Navigation, wenn ich Fahrrad fahre. Das nimmt natürlich mit der GPS-Funktion dann wirklich sehr, sehr viel an Energie. Zwischendurch hält man mal an, macht natürlich auch schöne Fotos, ein paar Videos. Zack, ist das leer. Und es gibt ja auch nichts Schlimmeres als ein leeres Handy. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber für mich ist das Schlimmste, wenn mein Handy-Akku nur noch 5% anzeigt. Gerade wenn ich unterwegs bin. Heutzutage habe ich so viel auf dem Handy. Ich habe meine E-Mails, vielleicht Reservierungen. Ich habe meine, natürlich auch Buchungen, Zugtickets, Flugtickets. Das ist ja alles letztendlich immer wieder mit auf dem Handy. Oder auch, wenn ich nicht mehr erreichbar bin. Es wäre das nicht schlimm, wenn vielleicht gerade irgendwie zu Hause ein Notfall wäre. Dann ist natürlich genau so eine Powerbank das Richtige. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfehle die nicht nur zum Wandern oder zur Outdoor-Aktivität. Ich würde die überall mit hinnehmen, weil du kannst die ja überall wieder aufladen. Ohne jetzt nach einer großen Steckdose noch einmal zu suchen oder so. Sondern legst du einfach nur in die Sonnenenergie. Beziehungsweise selbst Tageslicht reicht ja hier schon. Und selbst unsere Scheinwerfer hier im Studio laden jetzt hier gerade wieder unsere Powerbank perfekt auf. Und die ist so klein und handlich. Das ist clevere Technologie. Das ist die Technologie des 21. Jahrhunderts. Weil vor 10, 15 Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass mal so eine Powerbank es in irgendeiner Art und Weise gibt. Ihre große Chance ist es jetzt aber auf jeden Fall hier ganz schnell reinzukommen und sich vor allem den TV-Sonderpreis zu sichern. Und ein kleiner Tipp an der Stelle. Sie dürfen da auch gern zwei oder dreimal bestellen. Weil so eine Powerbank hier, das ist ein wahnsinnig gutes Geschenk. Gerade auch für vielleicht Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder. Die möchten Sie auch immer erreichen. Die sollen immer erreichbar sein. Sollen auch Sie immer anrufen. Deshalb, ich habe ja meine Powerbank auch immer dabei. Ich auch. Weil für mich ist es einfach ein Gefühl von Sicherheit. Das wird es für Sie auch sein. Hier von 46, 86 Euro TV-Sonderpreis für Sie mit der Bestellnummer PX 88 47 569. Sie dürfen hier auch gern zwei- oder dreimal bestellen, wenn Sie möchten. Rufen Sie jetzt an, dann bekommen Sie auch direkt den TV-Sonderpreis. 0, 1, 8, 0, 51, 51, dreimal die zwei. All Ihre Bestellungen des Tages werden eh zusammengefasst und gesammelt. Sie zahlen nur einmal täglich Porto- und Versandkosten. Deshalb nutzen Sie immer die schönen TV-Sonderpreise. Rufen Sie mal gleich an, bestellen sich Ihre Lieblingsprodukte. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da. Und jetzt machen wir mit unseren Riesen-Highlights hier weiter. Denn ich habe am Anfang was gesagt. Erinnern Sie sich? Die Steckdose. Die richtige Steckdose, von der ich gesprochen habe. Die man auch mitnehmen kann. Ja, ist möglich. Ist möglich. Hätte ich auch nie gedacht. Aber wir machen es möglich. Beziehungsweise unsere Powerpacks machen es möglich. Und Sie sehen schon hier ein leistungsstarkes Powerpack mit einer Kapazität von bis zu 114.000 mAh. Wo Sie jetzt schon Elektrogeräte von bis zu 600 Watt betreiben können. Aber trotzdem super flexibel einsetzbar. Mit einem Finger kann ich das hochnehmen. Wiegt nicht mehr als 4 Kilo. Und ich habe überall Strom. Und nicht nur den 5 Volt und 12 Volt Strom, den wir ja hier vorne schon sehen. Weil hier sehen Sie es ja auch. 5 Volt, unsere 12 Volt Steckdose. Oder hier unten unsere USB-Anschlüsse. Sondern, und das drehe ich Ihnen jetzt einmal hier auf die Seite, sehen Sie es auch schon ganz deutlich. Die Steckdose, die zu Hause auch in Ihrer Wand ist. Unsere klassische 230 Volt Steckdose. Natürlich hier oben nochmal mit einem großen, hellen LED-Beleuchtung mit drei verschiedenen Leuchtmodi. Das Ganze können Sie natürlich auch super einfach hier mit anpassen. Beziehungsweise auch mit leuchten lassen. Und das machen wir jetzt hier einmal. Schalten einmal. Oh, schauen Sie mal an. Ist das nicht hell? Ist das nicht echte Helligkeit? Und das sogar in drei verschiedenen Modi. Einmal in dieser Blink-Funktion. Und einmal sogar in der SOS-Funktion. Und so ein Powerpack kann Ihnen einfach schon mal eine wunderschöne Zeit bescheren. Weil Sie einfach die Möglichkeit haben, jetzt eben nicht nur die 230 Volt Steckdose zu betreiben, sondern gleichzeitig 5 Volt und 12 Volt auch mit zu nutzen. Und wie einfach das geht und vor allem wie praktisch so ein Powerpack ist, möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen. Vielleicht haben Sie eine Gartenanlage. Eine Gartenanlage. Aber da will man doch auch nicht auf das Fernsehschauen verzichten. Nun haben Sie da aber eben keinen Strom. Möchten aber am liebsten am Abend Ihren Lieblingsfilmen Ihrer kleinen Gartenanlage schauen. Ja, was macht man da jetzt? Verzichtet man auf den Film oder auf seine Lieblingsserie? Oder nehme ich jetzt einfach das Powerpack mit? Und das machen wir jetzt. Denn wir gehen jetzt in unsere kleine Gartenanlage. Und nochmal, Strom zum Mitnehmen. Kein weiteres Kabel. Nichts ist angeschlossen. Sondern alles, was ich Ihnen jetzt zeige, wird hier einfach mal per Powerpack betrieben. Nämlich mit unserem leistungsstarken Powerpack. Und das hier mit einer Kapazität von bis zu 114.000 mAh. Und eins muss ich jetzt nur noch machen. Ich muss jetzt nur noch eins machen. Nämlich den Wechselstrom. Einmal zuschalten. Und das sehen Sie dann auch hier, indem ein kleines Licht erleuchtet. Und jetzt sehen Sie auch schon auf dem großen Display die Kapazität. Wir haben 100 Prozent. Beziehungsweise auch natürlich nochmal, wie lange kann ich etwas betreiben? So, und jetzt schauen Sie mal hier. Wir haben einen Fernseher hier stehen. Den machen wir jetzt einfach einmal hier an das Powerpack dran. Und gleich werden Sie es sehen. Unten fängt schon der Fernseher an zu leuchten. Kasi, ich weiß nicht, ob du es siehst. Es blinkt schon grün. Aber wenn man natürlich auch so was schaut, möchte ich natürlich auch kalte Getränke. Also machen wir noch einen schönen kleinen Mini-Kühlschrank hier mit dran. Und schauen Sie mal. Schon haben wir hier volles Fernsehbild. Und jetzt mache ich noch unseren Mini-Kühlschrank mit dran. Und sofort habe ich auch hier perfekt kalte Getränke, kühle Getränke. Überall alles wieder mit dabei. Und jetzt kann doch der Abend kommen. Oder hier, kalte Getränke, schön im Kühlschrank, Beleuchtung ist an, alles funktioniert. Und das natürlich super einfach und flexibel. Und noch einmal, alles läuft hier gerade über unser Powerpack. Nichts anderes, nur unser Powerpack. Betreibt gerade den Fernseher, wo ich meine Lieblingsserie schauen kann. Plus zusätzlich natürlich auch nochmal unseren Mini-Kühlschrank, damit wir kühle Getränke haben. Und stellen Sie sich mal vor, es kommt auch dann ein Sportereignis. Ich denke da auch so an, das kommende Jahr, da gibt es ja dann auch wieder Fußball für die Herren. Sie wissen, was ich meine. Deshalb da dann überall Fernseher zu schauen, dank eines Powerpacks, das Sie dabei haben. Wie genial ist das denn bitte? Gönnen Sie sich das mal. Also das ist wirklich sinnvoll und vielseitig flexibel einsetzbar. Für 404,78 Euro mit der Bestellnummer ZX3012 und der 569. Also ich bin da wirklich total begeistert von, wie vielseitig so ein Powerpack auch einsetzbar ist mit dieser Steckdose, 12-Volt-Anschluss, USB-Anschlüsse. Sie nehmen Ihre Steckdose, Ihren Strom ab jetzt überall dahin mit, wo Sie möchten. Und können dann ja zum Beispiel auch mal in der Gartenlaube, im Schrebergarten, wenn Sie möchten, Fernsehen schauen. Ja, oder einen kleinen Kühlschrank betreiben oder sowas. Es geht plötzlich alles. Ja, es geht plötzlich alles. Vor allem, was noch sehr, sehr wichtig ist. Ich habe ja im Garten auch wahrscheinlich Hecken, die ich irgendwann mal schneiden muss. Aber wenn ich schon keinen Strom natürlich zum Fernsehgucken habe, wie schneide ich dann die Hecke? Machen Sie das noch per Hand hier so richtig auf Kraft? Oh nee. Das macht doch keinen Spaß. Und so Akkugeräte, sind wir mal ganz ehrlich, die haben meistens noch weniger Leistung. Meistens muss man noch ein zusätzliches Kabel noch kaufen oder so. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch beweisen. Gucken Sie, ich ziehe jetzt hier wieder den Stecker. Bapp, schon geht der Fernseher wieder aus. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass wir den Strom wieder hier zum Mitnehmen haben. Und wir laufen jetzt einfach mal hier hinten in unseren tiefen Wald hinein, beziehungsweise unsere Hecke. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass ich ein kabelgebundenes Gerät, eine kabelgebundene Heckenschere, jetzt mit unserem Powerpack betreiben werde. Und das, ohne dass ich jetzt hier noch ein langes Stromkabel legen muss, ohne dass ich jetzt noch irgendetwas anderes brauche. Das Einzige, was ich hier brauche, wiegt vier Kilo. Und ich mache mal eins. Soll ich es mal nehmen? Genau. Ich stecke nur kurz den Stecker einmal rein. So, stelle das einmal hier hin. Okay. Genau, musst du ja auch nicht halten. Ich kann es ja überall hinstellen. Das ist super praktisch. Jetzt nehme ich hier meine Heckenschere und volle Power. Und das Schöne ist ja jetzt, selbst wenn ich mal hinten irgendwie noch in die Hecke hinein muss, kein Problem. Gehe ich einfach hier und schneide hier hinten mal die Hecke, mach hier alles wieder sauber, beziehungsweise bring hier Ordnung mit hinein. Ab sofort heißt es nicht mehr, dass Sie den Strom suchen, sondern Sie haben den Strom überall dabei. Elektrogeräte von bis zu 600 Watt, leistungsstark. Kabelgebundene Geräte mit voller Power, mit voller Kraft. Und das Ganze hier mit einem Powerpack. Und so ein Powerpack ist eben auch nicht nur nützlich für die Gartenarbeit. Das kann auch wirklich mal bei Stromausfällen super, super hilfreich sein. Denn viele Elektrogeräte, die haben nicht mehr als 600 Watt. Allein eine Tiefkühltruhe, die neuesten, die haben nicht mal 150 Watt. Ein normaler Kühlschrank 150 Watt. Ein Fernsehen maximal 200 Watt. Das sind alles Geräte, die Sie mit diesem Powerpack betreiben können. Ich zeige es nochmal. Volle Power, volle Kraft. Und hier sehen Sie auch nochmal diese Übersicht. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel Lampen 15 Watt. Also da können Sie Lampen anschließen, ja, bis alles hell erleuchtet ist. Der TV-Flachbildschirm, da sehen wir jetzt auch 150 Watt. Ein PC 200 Watt. Gefrierstrang 150 Watt. Kühlschrank 120 Watt, ja. Das ist fantastisch. Das können Sie alles anschließen. Das sind natürlich auch die Elektrogeräte, wie so eine Heckenschere zum Beispiel. Gar kein Problem, ja. Das heißt für Sie natürlich auch, wie Christoph gerade gesagt hat, eine ganz große Sicherheit dann auch, falls mal so ein Stromausfall ist oder auch in einzelnen Räumen vielleicht mal. Sie kennen das dann auch. Da ist vielleicht im Keller irgendwie mal der Strom abgeschaltet, weil irgendwas an Reparaturen gemacht wird oder so. Und denkt man sich, wo kriege ich denn jetzt Licht her? Oder, oh Gott, die Tiefkühltruhe steht im Keller. Was ist, wenn die jetzt abtaut? Gar kein Thema, ne? Also Sie sind da wirklich bestens gerüstet. Sie haben einfach Sicherheit. Und halt diese unglaubliche, flexible Einsatzmöglichkeit mit all Ihren Geräten hier, mit Ihrem Powerpack. Also nutzen Sie hier die Chance. Das ist wirklich super genial, einfach so ein Powerpack zu haben, oder? Ja, es ist super genial und Sie sollten hier wirklich schnell sein, denn gerade solche TV-Neuheiten gehen schneller weg, als wir es uns vorstellen können. Das ist Ihre große Chance, jetzt hier einmal ganz, ganz schnell zuzugreifen und sich diese Möglichkeit einfach einmal zu sichern. Gehen Sie ganz schnell in die Leitung und vor allem bestellen Sie. Sie werden ja wirklich begeistert sein, wie viele Möglichkeiten Sie alleine damit haben. Denn es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt mir so noch gar nicht vorstellen kann. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie erstmal so ein Powerpack zu Hause haben, werden Sie sehen, wie flexibel Sie sind, beziehungsweise wie viel Sie auch wirklich damit ermöglichen. Aber auch so ein Powerpack muss natürlich wieder aufgeladen werden. Machen Sie entweder klassisch per 230 Volt oder natürlich auch ansonsten per Solarenergie. Und ich möchte Ihnen mal eins zeigen, denn in der Bestellung dazu, Kati, ich gebe dir das einmal runter, gibt es einen kleinen Adapter. Und diesen Adapter können Sie benutzen, um es jetzt zum Beispiel als Bundle zu bestellen, nämlich mit einer 50 Watt Solarpanel. Dieses 50 Watt Solarpanel gibt es jetzt als Bundle-Preis für Sie. Das ist unser exklusives Angebot. Das heißt, jetzt sind Sie vollkommen autark. Das bedeutet, keine Steckdosen mehr suchen, um es aufzuladen. Jetzt macht alles die Sonnenkraft. Unsere monokristallinen Solarzellen erzeugen 100 Prozent ökologischen und erneuerbaren Strom, erneuerbare Energie. Und das auf richtig hoher, hoher Ebene. Die sind temperaturbeständig von minus 40 bis plus 85 Grad. Das 50 Watt Solarpanel erzeugt in 10 sonnenaktiven Sonnenstunden über 500 Watt Strom. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist so eine hohe Kapazität, die Sie hier natürlich auch haben. Und vor allem, Sie haben hier höchste Effizienz auf ganz, ganz kleinen Booten, weil jede monokristalline Solarzellen, das sagt ja schon Mono aus, arbeitet für sich ganz alleine. Die sorgt dafür, dass hier richtig Strom wieder erzeugt wird. Und was ist der große Vorteil an einem Bundle? Sie bekommen zwei Produkte zusammen zu einem deutlich kleineren Preis, als wenn Sie die Produkte einzeln bestellen würden. Und hier mit diesem Set machen Sie sich vollkommen autark. Das ist zum Beispiel genau das Richtige, wenn Sie sagen, Sie haben so eine kleine Gartenanlage und möchten da Strom hineinbekommen. Oder Sie haben vor zu campen und zu zelten und müssen aber auch gucken, dass Sie immer wieder Ihre Elektrogeräte aufgeladen bekommen. Dann können Sie das genau hier mit so einem Solarpanel machen. Und hier dieses Set, schauen Sie mal, der Preis ist fantastisch. 455,95 Euro jetzt Ihr TV-Sonderpreis. Und das Set kommt dann auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Es ist auch sofort lieferbar. Das heißt, Sie haben es innerhalb von wenigen Tagen dann zu Hause. Nutzen Sie unsere Setpreise. Die sind wirklich ganz, ganz beliebt. Und die Sets sind exklusiv natürlich jetzt auch für Sie hier als Pearl-TV-Zuschauer jetzt auch zum TV-Sonderpreis. Deshalb, wenn Sie sagen, ja, Unabhängigkeit ist mir wichtig, vielleicht dann auch im Schrebergarten, vielleicht sogar beim Camping mit so einem kleinen Solarpanel oder sowas. Wenn Sie auch Angler sind, ein paar Tage unterwegs sind. Meine Brüder machen das ja sehr gern. Da ist das toll, wenn man dann mit dem Solarpanel immer wieder direkt das Powerpack aufladen kann. Deshalb hier unsere erste Variante mit der ZX 3012 und der ZX 3020, so ist es richtig, und der 569, ZX 3020, 569. Hier für Sie das Komplett-Set. Wir haben das Ganze auch gleich noch mit einer größeren Solareinheit. Wenn Sie sagen, oh, ich weiß schon, ich möchte das ein bisschen intensiver nutzen, zeigen wir Ihnen selbstverständlich auch. Ich komme mal rum. Genau. Und jetzt sieht man auch wieder Strom zum Mitnehmen. Das sind nämlich Powerpacks, die Sie überall mit hinnehmen können. Schauen Sie mal hier, riesengroße Solarzelle von einer Gesamtgröße von 106 mal 67 Zentimetern. Auch hier wieder 100 Prozent ökologischer Strom bzw. erneuerbare Energie. Und Sie sehen es auch hier, große Wirkungskraft auf ganz, ganz kleinem Boden. Denn hiermit erzeugen Sie jetzt 110 Watt pro Stunde. Das bedeutet, in zehn sonnenaktiven Stunden haben Sie 1100 Watt erzeugt. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr hohe Möglichkeit bzw. eine hohe Kapazität, die Sie natürlich auch hier ganz klar mit nutzen können. Seien Sie auch hier wirklich wieder schnell. Auch hier wieder ist ein Wandel ein absoluter Vorreizpreis bzw. ein Vorteilspreis, den wir Ihnen natürlich auch hier ganz klar exklusiv mit anbieten möchten. Und auch hier natürlich wieder mit dem Adapter können Sie sofort loslegen, können sofort beginnen und können dann natürlich starten mit einem 100 Prozent autarken Stromnetz. Denn dann kann es Ihnen ganz egal sein, ob die Steckdose zu Hause funktioniert oder nicht. Sie sind vollkommen stromunabhängig von zu Hause, denn Sie haben Ihre Solarzelle. Solar und Powerpack in Kombination für 305,45 Euro hier für Sie mit der ZX 3021569 als Bestellnummer. Denken Sie bitte daran, jetzt zu bestellen. Jetzt bekommen Sie die TV-Sonderpreise. Das heißt, jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, direkt zu bestellen. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da unter der 01805151, dreimal die zwei. Hier sehen Sie nochmal die Bestellnummern im Überblick. Einmal hier einzeln, dann mit der 50 Watt Solarzelle das Set und mit der 110 Watt Solarzelle das Set jeweils. Und da können Sie jetzt zum TV-Sonderpreis bestellen, bevor die auch wieder ausverkauft sind. Und gerade die Sets sind immer so stark nachgefragt. Wir haben aber noch von unseren Powerpacks eine Variante. Das ist Ihr persönlicher Favorit. Einer unserer Bestseller war, ich weiß nicht, wie viele Male schon ausverkauft. Und ich habe gehört, er ist jetzt sofort lieferbar. Und das habe ich so fast noch nie hier erlebt. Denn meistens immer, wenn ich über dieses Powerpack gesprochen habe, habe ich Ihnen gesagt, kommt in wenigen Wochen, gehen Sie in die Vorbestellung. In wenigen Tagen erhältlich, nur noch kurz warten, dann ist es da. Und jetzt kann ich wirklich einmal sagen, es ist vorrätig. Das heißt, wenn Sie heute bestellen, ist es in wenigen Werktagen bei Ihnen zu Hause. Und für mich ist das das leistungsstärkste Powerpack, was ich Ihnen bisher hier präsentieren durfte. Elektrogeräte von bis zu 1.000 Watt können Sie betreiben. Elektrogeräte über 800 Watt über eine Stunde und Elektrogeräte unter 800 Watt bis zu 3.000 Minuten. Das Ganze alles Spritzwasser und Sturzgeschütz. Sie sehen es mit so Gummifixierungen, die das natürlich alles ganz klar stabil halten. Zwei einfache Tasten, die das Gerät einmal starten bzw. einmal vorbereiten. Jetzt hier großes Display, klar und deutlich zu erkennen. 100 Prozent sind unsere Kapazität. Das heißt, ich habe jetzt hier in diesem Powerpack 216.000 mAh oder 216 mAh. Ich habe die entnommenen Wattleistungen, das ist momentan auf Null, denn ich habe nichts angeschlossen. Und ich habe die Mindestzeit, wie lange ich die Geräte betreiben kann. Und da jetzt auch gerade nichts ist, ist das natürlich gerade unendlich. Das Ganze jetzt hier in allen Möglichkeiten. Wir haben USB-Anschlüsse, wir haben die neueste Generation USB-Typ C. Wir haben 12-Volt-Anschlüsse. Und auch hier muss man natürlich das Gerät wieder einmal aufladen. Und das macht man dann hier, zeige ich Ihnen aber gerne auch noch mal zum späteren Zeitpunkt. Und das Allerwichtigste, das kommt hier. Unsere 230-Volt-Steckdose mit der Möglichkeit, Elektrogeräte von bis zu 1000 Watt zu betreiben. Nochmal das Thema Stromausfall. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Katastrophen werden ja immer mehr und mehr. Wenn wir uns alleine mal an das erste Jahresanfang erinnern, das Sturm Sabine, der hat ja so viel für Unwetter versorgt. Der hat so viele Stromnetze ja auch letztendlich wirklich mal lahmgelegt. Alleine bei mir in meiner Heimat in Thüringen waren einige Ortschaften lange Zeit ohne Strom. Dann kann so ein Powerpack genau helfen. Hier, das sind solche Katastrophen. Ungewitter, ein ungestürzter Baum auf dem Stromnetz, Hochwasser oder eben auch wirklich mal Brände, Feuer oder die ganzen Sachen. Selbst Tornados sind in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Da kommt immer wieder Reportagen, wie viele Tornados es inzwischen in Deutschland gibt. Ja, Stromausfälle sind keine Seltenheit mehr in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Ist Ihnen vielleicht auch schon passiert. Und selbst wenn es dann so etwas Lapidares ist, wie irgendwelche Bauarbeiten, die gemacht werden. Und da wird in der ganzen Straße der Strom ausgeschaltet. Hier sehen Sie es übrigens nochmal direkt. Die Stromausfälle in Deutschland sind keine Seltenheit mehr. Es kommt immer wieder zu Stromausfällen. Und das belegen Statistiken. Die durchschnittliche Dauer der Stromausfälle ist 133 Minuten. Und bei jedem einzelnen Netzausfall waren im Durchschnitt 4.115 Haushalte betroffen. Gefahr lauert auch bei der Beschaffenheit der Stromnetze. Erneuerbare Energiegesetze, entstehen immer mehr kleinere Kraftwerke. Das Stromnetz wird immer komplizierter und damit auch anfälliger. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, in diesem Beitrag zufolge, auch immer mehr Stromausfälle geben. Sie haben es gehört jetzt, 133 Minuten der durchschnittliche Stromausfall. Und das ist ja mehr als zwei Stunden. Das muss man sich mal überlegen. Dann sitzen Sie da und dann im Dunkeln. Das ist schon sehr, sehr viel Zeit. Und vor allem auch da hilft ein Powerpack. Gerade wenn es auch mal wieder um die Sachen geht. Im Kühlschrank, im Fernseher, um aktiv zu sein. Aber es gibt auch so Situationen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber es gibt ganz viele Garagen, die haben kein Stromnetz. Und so Handwerksarbeiten müssen ja auch einfach erledigt werden. Wissen Sie was? Ich nehme jetzt heutzutage meinen Strom einfach mit. Und wir gehen zusammen mal rüber zu unserer Werkbank. Und wir zeigen Ihnen jetzt, was alles möglich ist mit einem Powerpack. Beziehungsweise, was Sie alles hier einmal machen können. Einmal das Powerpack hier hingestellt. Schon ist es sofort einsatzbereit. Eins muss ich noch machen. Kurz den Wechselstrom wieder zuschalten. Und jetzt sehen Sie es auch sofort. Leuchtet alles. Es ist startklar. Und jetzt kann ich eben einfach mal hier zum Beispiel eine kleine Kettensäge. Beziehungsweise eine kleine Stichsäge eben einfach mal mit benutzen. Wenn ich auch die Schnur leerlos kriege. Schauen Sie mal hier. Kurz angeschlossen. Einmal an der Steckdose. Und sofort geht es natürlich auch hier los mit voller Power. Da kannst du auch mit der Kreiswege überall arbeiten, ne? Genau. Das ist es ja. Gerade wenn man mal Laminat verlegt. Oder man muss vielleicht mal ein paar Holzleisten schneiden. Man muss vielleicht irgendetwas mal arbeiten. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Ich muss nicht immer zurück in die Garage. Muss wieder die Holzleiste mitnehmen. Muss wieder nachmessen. Sondern ich habe die Möglichkeit, das Ganze super flexibel hier mit einzusetzen. Nochmal, volle Power, volle Kraft. Und das Ganze hier über 180 Minuten, wie Sie gerade gesehen haben. Das ist, glaube ich, schon mal ein richtiger Beweis. Aber ich beweise Ihnen noch mehr. Und jetzt zeige ich Ihnen auch, dass Sie auch hier wieder die Möglichkeit haben, nicht nur 230 Volt zu nutzen, sondern auch gleichzeitig 12 Volt. Und das ist jetzt hier mit einer Schlagbohrmaschine. Mit einer Schlagbohrmaschine, Kabel gebunden. Auch wieder mit voller Kapazität, mit seriösen Arbeiten natürlich. Ich mache es erst mal kurz an, dass Sie es hören. Also Power ist auf jeden Fall schon da. Aber da ja meistens immer beim Bohren auch richtig viel Dreck entsteht, wollen wir ja natürlich auch nicht haben. Also was machen wir? Wir nehmen unseren kleinen Handstaubsauger, den wir jetzt haben. Schließen den einmal hier oben an den 12 Volt an. Kathi, probiere mal. Müsste starten. Sofort funktioniert der. Und während ich jetzt bohre, kann Kathi einfach gleichzeitig hier den Schmutz einmal wegnehmen. Achtung, es könnte laut werden. Ups. Ups. Und das sind ja nur einige Beispiele, die wir Ihnen hier zeigen. Sie werden es zu Hause erleben, ob das mal eine Kaffeemaschine ist, die Sie vielleicht betreiben möchten. Oder ob Sie vielleicht auch mal verschiedene andere Situationen nutzen wollen. So ein Powerpack ist für mich heutzutage die Anschaffung, die in jedem Haushalt stehen müsste. Denn früher hat man immer gesagt, bei Stromausfällen habt eine Taschenlampe parat. Ich sage heutzutage, haben Sie ein Powerpack parat. Dann machen Sie alles richtig. Ja, und was du geschrieben hast, hat uns auch gerade der Andreas geschrieben aus Zestorf-Steinfurt. Er hat dieses Gerät nämlich schon zu Hause, hat es schon bestellt. Und er schreibt, ein sehr gutes Powerpack. Habe es gleich mit unserer Kaffeemaschine ausprobiert. Und es ging genauso schnell, als wenn der Stecker in der üblichen normalen Steckdose war. Überlege, ob ich noch so ein Teil für unser Wohnmobil kaufen werde. Andreas, wenn du uns jetzt zuschaust, ja, bestell jetzt. Jetzt ist die nämlich gerade lieferbar. Dann bekommst du sie sofort zum TV-Sonderpreis. Sie natürlich auch. 688,72 Euro. Und sie ist sofort lieferbar. Kommt dann direkt in zwei bis drei Tagen ungefähr zu Ihnen nach Hause. Versandkosten frei. Ja, das heißt, bitte jetzt die Chance nutzen, wo dieses Powerpack gerade lieferbar ist. Und ich habe noch eine schöne Zuschrift bekommen von Kurt aus dem Fichtelgebirge. Er hat uns geschrieben, ein sehr leistungsfähiges Gerät. Habe es vielfach getestet. Das Genialste, wir haben einen Brunnen außerhalb der Ortschaft. Da ab und zu dort eine Reinigung notwendig ist, kann ich die Tauchpumpe mit 500 Watt problemlos einsetzen. Und das ist genau so eine Situation. Eine Gartenanlage, da hast du meistens einen kleinen Garten. Da hast du vielleicht auch einen kleinen Teich. Die müssen natürlich auch mal gereinigt werden. Und genau das können sie machen. Und ich möchte Ihnen nur mal eins sagen. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 1300 Euro. Und so liegen die wirklich preislich. Nach oben gibt es da meistens keine Grenzen, denn die gehen meistens noch höher und höher. Schauen Sie mal auf unseren TV-Sonderpreis. Wenn sich der nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. 688,72 Euro hier für Ihren Favoriten. Unser Bestseller, das beliebteste Powerpack hier aus unserem Sortiment. 688,72 Euro. Und es ist jetzt für Sie lieferbar. Es ist verfügbar. Das heißt, direkt bestellen. Und dann haben Sie natürlich, wir haben vorhin drüber gesprochen, diese Sicherheit auch. Wenn wirklich mal irgendwas ist, gerade bei Stromausfällen, wissen Sie, ganz beruhigt. Ich habe ja hier meinen Powerpack, ich habe meine Steckdose, ich habe meinen Strom ja hier direkt dabei. Egal, ob jetzt Strom abgeschaltet wird oder wie auch immer. Sie sind ausgerüstet. Und natürlich auch hier bei so Arbeiten. Wie genial ist das denn? Seriöses, kraftvolles Arbeiten. Mit Ihren ganz normalen kabelgebundenen Geräten an Ihrem Powerpack. Für Sie dann kein Problem mehr. Und wir zeigen Ihnen noch mal schnell, was Sie sparen können. Schauen Sie mal hier, 745 Euro knapp dort in der Premium-Serie. Premium-Serie. Am meisten gekauft, am besten bewertet. Also ein Top-Produkt. 745 Euro knapp. Hier bei uns jetzt für Sie für 688,72 Euro. Das ist natürlich fantastisch, oder? Deshalb nutzen Sie da den Vorteil. Und natürlich hat Christoph uns hier auch die cleveren Sets mitgebracht, sodass Sie völlige Unabhängigkeit erreichen können. Völlige Unabhängigkeit, gerade in solchen Bereichen, wie wir eben auch im Kundenfeedback gehört haben, ist es ja wirklich so. Wenn das Powerpack mal leer ist und ich habe keine Steckdose in der Nähe, was mache ich? Ganz klar, ich lade es autark auf. Ich nutze es mithilfe der Sonnenkraft. Nehme ich wieder auch hier unser Bundle. Das Ganze natürlich wieder als cleveres Set für Sie. Sie bekommen sowohl unser leistungsstarkes Powerpack mit 216 Amperestunden plus, diese große Solarzelle mit einer Gesamtgröße von 106 x 67 Zentimetern. Auch hier wieder die Möglichkeit, das Ganze natürlich mit 110 Watt zu betreiben. Das bedeutet, in 10 sonnenaktiven Stunden auch hier wieder 1100 Watt, was Sie erzeugen können. Und ich glaube, das ist schon echt eine Leistung. Das Ganze natürlich super flexibel einsetzbar. Sie sehen es, es ist, auch wenn es groß aussieht, trotzdem nicht schwer. Sie können es überall mit hinnehmen, Anschlusskabel und alles ist automatisch mit dabei. Das heißt, wenn Sie dieses Set jetzt einmal bestellen, können Sie sofort loslegen. Einen Tipp möchte ich Ihnen geben. Laden Sie einmal Ihr Powerpack zu Hause voll am Strom auf, weil dann haben Sie wirklich diese volle Kapazität. Und dann immer, wenn Sie es mal benutzt haben, nehmen Sie einfach wieder die Solarzelle dran, dann sind Sie vollkommen autark bzw. vollkommen unabhängig. Das Ganze übrigens auch temperaturbeständig von minus 40 bis plus 85 Grad bedeutet, selbst wenn Sie es mal draußen vergessen oder draußen stehen lassen, da passiert nichts. Da müssen Sie sich keine Gedanken machen, weil minus 40 bis plus 85 Grad habe ich Gott sei Dank hier in Deutschland noch nicht erlebt. Das wären schon so Temperaturen, das möchte ich gar nicht. Und auch hier wieder diese monokristallinen Solarzellen, wo jede Zelle für sich einzeln arbeitet. Jede Zelle sorgt dafür, dass Ihr Powerpack wieder aufgeladen wird, dass Sie wieder die volle Leistung haben, die volle Power haben und das Ganze super flexibel in unserem Sparsetpreis. Ja, hier für Sie für 790,77 Euro. Das Set kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause und ist auch jetzt direkt für Sie verfügbar, wenn Sie möchten. Und überlegen Sie mal, gerade hier dieses Solarpill, das kann man ja auch schön, weil es hat diese flache Bauweise, vielleicht sogar auf ein Dach montieren, vielleicht auch von Ihrem kleinen Schrebergarten oder auch wenn Sie draußen halt eine Garage haben, wo Sie Strom haben möchten oder so. Das ist wirklich sehr intelligent. Also überlegen Sie schon mal, wie Sie es einsetzen wollen und dann schnell hier bestellen, schnell zugreifen. Dann ist das auch in wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause und dann machen Sie sich unabhängig. Sie haben Ihren Strom und der Strom wird direkt auch wieder hier regenerativ hergestellt von Ihrem Solarpanel, das hier mit dabei ist. Also eine tolle Möglichkeit, auch sehr umweltfreundlich, selbstverständlich und für Sie halt auch Unabhängigkeit, muss man auch mal sagen. Selbst wenn es Stromausfall ist, haben Sie ja hier Ihr Powerpack noch zusätzlich. Und das ist wirklich toll. Und wir haben das Ganze, dieses Set, auch noch eine Variante größer, möchten wir Ihnen natürlich auch gerne zeigen. Und wir zeigen mal, Kathi, wie leicht es auch ist. Das wiegt ja nicht mehr als 8 Kilo, also selbst als Frau kann man das natürlich super flexibel einfach mal mitnehmen. Und wir zeigen Ihnen jetzt auch hier noch einmal unsere größte Variante an Solarzelle, was wir Ihnen anbieten, Solarpanel. Das Ganze hier als riesengroße Variante mit einer Möglichkeit, 160 Watt pro sonnenaktiver Stunde zu erzeugen, bedeutet 1600 Watt in 10 sonnenaktiven Stunden. Und selbst wenn die Sonne nicht zu sehen ist, wird es trotzdem aufgeladen. Denn die Sonnentageslicht hilft hier oder reicht hier auch wirklich schon. Die gute Möglichkeit ist, dieses Panel ist nicht die gesamte Zeit so groß, sondern Sie können das flexibel zusammenklappen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Denn Sie sehen schon, wir haben hier an der Seite so einen kleinen Griff mit dran. Da können Sie das natürlich super flexibel auch einfach mal mit benutzen beziehungsweise auch sehr, sehr einfach auch da natürlich mit einsetzen. Schauen Sie mal hier, ganz schnell zusammengemacht. Auch hier alle Anschlusskabel natürlich gleich mit dabei. Und der große Vorteil an diesem Solarpanel ist natürlich auch wieder, Sie können 5 Volt und 12 Volt direkt abnehmen. Hinten sind so zwei kleine Standfüße, da stellen Sie es perfekt auf oder legen es hin, so wie Sie es wollen. Und auch hier wieder der große Vorteil, unser Bundlepreis, unser Sparpreis für Sie. Zwei Produkte zu einem deutlich kleineren Preis. Ja, beides zusammen für Sie für 913,16 Euro. Super, oder? Versandkostenfrei, das so große Solarpanel sogar zusammenklappbar mitzunehmen. Vielleicht auch für Sie für den Urlaub, für Camping oder Zelten, eine schöne Variante. Überlegen Sie, wie Sie es nutzen möchten. Jetzt auf jeden Fall verfügbar mit der NX 62, 79 und der 569. Wir blenden Ihnen die Bestellnummern hier nochmal in der Übersicht ein, damit Sie auswählen können, was Sie gerne haben möchten. Die Kollegen im Callcenter sind für Ihre Bestellung da. Also da dann direkt durchklingeln, bevor Ihr Lieblingsset dann vielleicht auch ausverkauft ist. Und wir machen auch nochmal so eine kleine Übersicht, weil gerade auch so eine Powerbank, die wir am Anfang gezeigt haben, ist sehr, sehr sinnvoll. Die sollte eigentlich jeder immer mit dabei haben. Ja, und vor allem die lädt sich immer wieder automatisch auf. Und das ist der größte Vorteil, denn Sie sehen es ja, per Solarpanel können Sie jederzeit wieder mit der Sonnenkraftenergie sich Ihren Strom zurückholen. Das Ganze mit einer Kapazität von bis zu 20.000 mAh. Ein normaler Handyakku hat 2.000 Ah, das heißt über 100 Stunden extra Power hier für Sie verarbeitet. Zwei USB-Ports, das heißt perfekt und es flexibel einfach mal anzuschließen. Hier für Sie mit der Bestellnummer PX88 47 569. Für Ihre Bestellung rufen Sie einfach an 0180 51 51 3 mal die 2. Alles, was wir Ihnen jetzt zeigen, finden Sie übrigens auch nochmal unter www.pearl.tv. Bitte denken Sie daran, die TV-Sonderpreise sind jetzt für Sie gültig. Und der Strom zum Mitnehmen, den haben wir auch und zwar in zwei unterschiedlichen Größen. Genau, zwei unterschiedliche Größen. Angefangen hatten wir mit unserem nagelneuen TV-Neuheit. 114 Ampere beziehungsweise 114.000 mAh Elektrogeräte von bis zu 600 Watt ohne Probleme betreiben. Das Ganze gibt es auch als Bundle, das bedeutet mit einer Solarzelle. Hier haben wir einmal das Angebot mit der 50 Watt Solarzelle. Das heißt, Sie sind vollkommen autark. Sie holen sich das Strom beziehungsweise den Strom, den Sie brauchen, letztendlich über die Sonnenenergie wieder zurück. Und das Ganze gibt es sogar noch eine Nummer größer, nämlich mit unserer 110 Watt Solarzelle. Und das natürlich auch wieder als Bundlepreis. Hier für Sie jetzt verfügbar, gerade auch das große Set natürlich hier für 503,45 Euro für Sie jetzt noch verfügbar. Das ist immer sehr beliebt. Viele wählen auch wirklich direkt ein Set. Und wir haben auch die ganz große, Ihren Favoriten, die beliebteste bei unseren Powerpacks hier nochmal stehen für Sie. Und auch hier einzeln und jeweils die Setvarianten. Ja, und sofort lieferbar. Das heißt, heute entscheiden und sofort in den nächsten Tagen es zu Hause haben. Unser größtes und leistungsstärkstes Powerpack mit einer Kapazität von 216 Amperestunden oder 216.000 Milliampere Stunden. Elektrogeräte von bis zu 100.000 Watt einfach mal betreiben. Auch hier gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, es autark zu nutzen. Entweder mit der 110 Watt Solarzelle, die eine Gesamtgröße von 106 mal 67 Zentimetern hat. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch ganz groß mit einer Möglichkeit einer klappbaren Solarzelle. Das Ganze für Sie, für einen unglaublich kleinen TV-Sonderpreis. Das sind 913,16 Euro. Die Sets auch alles versandkostenfrei für Sie und jetzt sofort lieferbar. Das heißt, wenn Sie bestellen, kommen die Sachen dann direkt zu Ihnen nach Hause. Und das ist wirklich so, so schön. Ja, die Steckdose, die normalerweise in der Wand ist, das war gestern. Das vergessen wir. Sie können ab jetzt Ihre Steckdose wirklich überall mit hinnehmen, wo Sie möchten. Ja, wenn Sie dann irgendwo draußen sind und denken sich, ach, ich möchte da irgendwas anschließen. Das wäre kein Thema, weil Sie waren clever. Sie haben Ihre Steckdose ab jetzt immer mit dabei, den Strom immer mit dabei. Und wir haben Ihnen gezeigt wirklich, wie vielseitig das auch einsetzbar ist. Das ist clever und Sie machen damit alles richtig. Sie sichern sich natürlich auch ab und Sie holen sich vor allem den Strom des 21. Jahrhunderts nach Hause. Also machen Sie es wie viele vor Ihnen, holen Sie sich wirklich so ein Powerpack, sichern Sie sich ab und haben Sie Spaß auch im privaten Bereich. Viel Spaß damit.